Musst du nicht so schreien. Musst du nicht so schreien, ja, nachher kennen die Leute, die sagen, du bist ein Hasbier, die Leute. Stell dir mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Okay. Du glaubst, dass Jesus Gott ist? Du weißt es nicht sehr. Ich habe eine Frage an dich. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend. Also Jesus ist allwissend. Okay. Lübt Gott? Also Jesus lübt nicht. Johannes 13, Vers 32. Entschuldigung, Markus. Markus 13, Vers 32. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die im Engel, das weiß nur Gott. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, er ist nicht hineischen. Es sagt, was heißt alles. Erта sollte lead. Sagen, Vers 33. Er steht, ich verstehe, ich darf die Nachschnappen, Dann ist er sagt, was er nicht, Er d нашем 넣고, Werner gewartet jetzt,